Mein Lieblingshandschuh von Sanir, ganz klar, der Multi-Sport-Handschuh, mein Mountain Passion. Warum? Weil es ein ganzjahres Handschuh ist. Nicht nur für den Winter, sondern auch für den Sommer. Oder optimal jetzt in der Übergangszeit. Ihr könnt ihn aber auch zum Klettern verwenden, weil er aus extrem robustem Ziegenleder ist. Aber auch beim Radlfahren oder wenn es eine Skitour geht, ist er sehr angenehm, weil er da bei den Fingern ein Vierwege-Stretchsystem einbaut hat. Und bei den Handgelenken hat er da diesen Neoprenbund. Und er hat diese Huckschleife, die könnt ihr euch extrem leichter auf dem Rucksack auf den Karabiner binden. Also wenn ihr einen vielseitigen Sporthandschuh, einen ganzjährigen Sporthandschuh braucht, dann könnt ihr euch nur den Multi-Sport-Handschuh von Sanir empfehlen.